Oder ein Alarm heißt es glaube ich jetzt. Alle... Achtung, Achtung! Alle Nonsubs im Chat heute, Quby hat eine dicke Schnur heute. Eine kurze Zündschnur und keine dicke Haut. Weil er wurde in Rank geschleudert. Achtung! Achtung! Achtung, Achtung! Attention, Attention! Alle Nonsubs! Macht euch schon mal locker. Dicke Schnur in der Hose. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein! Wir trainen jetzt die neue Meta-Chat. Dicke Schnur ist immer noch dünn. Jaaa. Chat, wir gucken jetzt. Es wird ehrenlos. Ja, die MP hier muss so genervt werden, ne? Chat. Und das ist geiler von 1 bis 10, wie OP ist diese Waffe. Die neue MP, die ist ja völlig jenseits von Gut und Böse. Die ist ja völlig Bastard. What the hell is going on, dude? War grad irgendwie ein bisschen Schock, die Shotgun hat den gar nicht gewohnshottet. Unter mir, oder was? Wärt ihr sauer, wenn ich euch, oder wenn ihr von dieser Shotgun hier sterben würdet? Nee, oder? Geht. Hier ist dein Auftrag. Tatsächlich unten. Relax. Er versucht mich hier jetzt abzutäuschen mit der Granate. Achtung, der Nebel lichtet sich. Die Sichtweise steigt. Kopfgeldziele identifiziert. Feuerfreigabe. Ich hab ihn doch grad hier gehört. Da ist er. Ahahaha. 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 Ah. 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 Oh mein Mann, was geht? Chat, mal ne kleine Umfrage, okay? Glaubt ihr, wir schaffen heute die New? Nein. That's my chat right there. That's my chat. Das ist der beste Chat auf Twitch. Heute haben wir den gut aussehenden und wohlhabenden Multimillionär Juli. und wir haben eine bezaubernde Freundin Sirena. Pepper. Drohne funktioniert wieder nicht. Sehr geil. Wie geil ist es, dass die Drohne wieder nicht funktioniert? Und wie OP ist diese Waffe? Surprise, motherfucker! Locker! Nee, nicht D.E.K. Also, D.E.K. spielt doch Wagers. Wollten Trio tryen. Ziel ausgeschaltet. Markiere den Rest von ihnen. Das ist schon nicht, ey. Ey, scheiße. Das gibt's echt nicht. Undi, Andi, Andi, bist du das? Andi? Hä? Hä? Feindliche Überwachung liegend oder im Wasser versteckt aus euch. Wie habe ich den denn gerade gestunnt, den Fee? Hat ja mal gar keinen Sinn gemacht, oder? Please, please, guys. Please do not shoot. Please. Don't shoot me. I have high ping. Oh my god, no, Okami, no. No. I am so sorry, guys. No. 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 Was? Nein. No. 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 Der Rest des Trucks auf der Taktik-Karte. Viel Erfolg. Feinde kommen ins Einsatzgebiet. Shit, leckt das bei euch auch? Immer, wenn ich die Schockgarten in der Hand hab? Das bei euch auch so am Lecken? Hä? Warum leckt denn das so? The fuck? Ey, Berat. Berat. Hey, man. What's up, my friend? Hi, bro. Hi, bro. Du verlierst dein Boden. Bewegung. How are you, bro? Are you good, bro? And you? Oh, no. Oh, no. res kamen. Wuuu! Der Mann hat losgelassen. Surprise, motherfucker! Ich glaube, das gibt einen Karma. Oder? Nee. Ist gut. Ich brauche Aufklärung in der Luft. Restliche Operator des Trupps markiert. Gute Jagd. Weu! Weuu! 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 Wir brauchen AR, wenn er DMP hier hat. Der aufguckt ja zu mir, der Prä. Der wird immer noch zu mir. Pink tot. Aber am Gucci. You're not getting that kill, bro. Unlucky. Ist immer noch da hinten, ne? Der Ekel, Digga. Verstehung endet bald. Jetzt kommt's drauf an. Oh my god. Das Gras kommt immer näher. Keine Smoke. Ich war einfach aus der Hand. Ein feindlicher Trupp jagt dich. Bleib wachsam. Abschuss bestätigt. Den Rest haben wir auch geortet. Ja, wie schnell man Sheetbreak ist von der Waffe, ne? Das ist wirklich gassig. Wo habe ich das gerade eigentlich gechallenged? Ich glaube, wir haben das Papiere den Rest vernehmen. Guck mal bitte, wie OP diese Waffe ist. Aber ihr versteht das nicht so ganz. Guck mal. Das ist ne... Das ist ne SMG. Das ist ne MP. Ey, ich für ne geile Lobby, Alter. Let's fucking go. Mal genießen. Warte, ich hab da was im Chat gehascht. Wir catchen gleich. Ich hab aber 31 Kills. Aber wir keep frying hier. Lobby ist nämlich... Die gönnt komplett. Guck mal was, was hier für Gegner sind. Lieb alles daran gerade. Einer unten. Den schnappen wir uns schnell. Aber die Waffe hier... Also real talk jetzt. Wann war das letzte Mal ne Waffe so broken? Ist ja todesgeil. Muss ich doch ehrlich sagen. Ist aber auch ein bisschen geil. Dass die Waffe so broken ist. Oder was sagt ihr? Ist einfach... Ey, das sind keine echten Menschen, glaube ich, in der Lobby. Ob ihr der Range ist immer noch machbar für die? Ja, ist es. Okay, das ist... Warnie. Warte, ich muss ja gleich im Chat abcatchen. Irgendwas ist witzig ist, was hier. Was ist witzig im Chat? Oh! Kein Shop mehr, leider, ja. Oh, ich hab den Kill einfach bekommen gerade. Witzig. Warum hab ich jetzt gleich für den Kill bekommen? Ist doch gar kein Sinn. Egal, I take it though. Komm! No, 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 please. No, no, please. No, no. Was meinst du? Was meinst du? Nein, 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 nein. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Nein, nein, bitte. Kannst du das in Englisch sagen? Woher bist du? Saudi-Arabia. Saudi-Arabia? Okay, du kannst sich reviven. Aber nicht mich schrauben, nicht mich schrauben. Ich bin derjenige mit Wings. Ja, ja. Hey, ich werde dir gewinnen. Ich helfe dir gewinnen, komm. Warte, warte. Noch vier. Noch vier. Das Gas breit jetzt nicht aus. Ist das du, mein Freund? Das ist mein Freund, oder? Guck mal, die Time to Kill von der Waffe. Ist er, ne? Das ist er. Das ist du, das ist du. Okay, okay. Ich bin nicht schrauben. Das ist du. Wo ist der andere Mann? Wo ist der andere Mann? Was ist das? Woher? In der Tür. In der Tür. Das ist ich in der Tür hier. In der Tür. Ja, schau, schau, schau. Nice. Okay, mein Freund. Don't shoot me. Lay your guns down. Put your hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Ja. What? Don't try to kill me, mein Freund. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ja, ja. Drop the gun. Drop it. Drop the gun. Drop the gun. Yeah. Yeah, yeah. Drop the gun. Okay, wait. No, drop it on the ground. Don't shoot me. Yeah, yeah, yeah. Drop. Drop. Hey, come on, bro. We can talk about it. We can talk about it, bro. I was killing, you know. I was just kidding, bro. You can kill me, man. Just kill me. Just kill me. Kill me. Enemy, enemy, enemy. On the bridge. Enemy. Nooo. No, no, no. I have to go in the zone. In the zone. No, no. Gigi, Gigi, Gigi. Gigi, Gigi. мau. Er hat sich East Point gegeben. Er hat sich zugefolgt, eh. So süßer. Hat er mich grad verflucht, oder hat er grad was Nettes gesagt? Ich muss jetzt hier mal kurz mal im Chat abcatchen. AGGTM Greetings Greetings from Germany Digga, das war so eine geistkranke Lobby Kitschkills 39, eigentlich 40, 15.000 Damage Ab in o-